Wenn der Vierte ums Eck fährt, ist die Dörte nicht weit und sie gehen zusammen auf Tor. Ja, der Vierte ist ne Niete und die Dörte kriegt ab, rund um die Uhr Tag für Tag. Große Klappen, nix dahinter, viel Gelaber um nix, hier im Großmaulrevier. Große Möpse, blöde Sprüche und ein dummes Gesicht, hier im Großmaulrevier. Große Möpse